so leute schlacht von berlin wieder starten also wir holen mit dich wir holen mit auf jeden fall unsere artillerie geschütze hol ich sie auch alle drei mit hier wir holen mit und charge ist gleich wo ich auch noch einen mit ich gucke mir das jetzt mal gleich an können wir so machen können wir so machen ja es ist ein paar roth-roth-roth-roth-roth-roth-roth-roth-roth-roth-roth die gruppierung der gruppe, die wir unterschreiben, ist nicht weit entfernt neue Aufgabe deutsche waffenentwicklung entdecken und angreifen ist das berlin? ok ich kriege einen sturmtrupp noch einen sturmtrupp ich kriege keinen sturmtrupp, ich gehe vor ich kriege einen sturmtrupp so jetzt hoffe ich dass es jetzt geht ich muss kurz was in der einstellung machen das hat sie gerade gehangen ähm hatte ich schon bei den deutschen bei der letzten mission das ist ja am anfang ein bisschen zicken warum weshalb ich so auch immer wir holen uns noch die mit und holen uns noch ne brauchen wir es nicht gut ok der ruse deckt für mich schon mal ein bisschen auf ok der ruse deckt für mich schon mal ein bisschen auf 88mm zenitne erudia effektivne, protiv wasduschnik und nasehmne zellen Paganivstradio, unsere aviazione kann uns nicht unterstützen auf der flatt auf der flatt dann mal rein Jungs das kriegen die glaube ich alleine hin oder? aber das hier können wir machen dann müssen wir hier räumen würde ich sagen und dann gehen wir hier so lang dann Unfassbar die musste ich jetzt hier einzeln schicken damit die hier so quer fahren die bläcknäu Sehr schön So So Kommst du da jetzt ran? Kommst du da jetzt? Ich ohne die Dinger Sollte man nicht tot sein, oder? Sicherheit nicht. Abwehrkanone. Okay, natürlich ist er noch nicht tot. Oh, shit, das Ding hat ja gar nicht getroffen. Der hat ja gerade gar nicht getroffen. Sehr schön. Ja, also ist die Vorsicht, dass hier nichts von der Seite kommt. Wenn nicht schön. So, kannst du von hier aus? Ja, kannst du. Gut, eins ist weg. Da war ein Knüfflerk. Okay. Ähm, wir machen... Wir haben die S2, holen dich noch mit. Zu. Mir nicht schaden. Ja, wie gesagt. Podkriepление приbyło. Dann geht's. Verstanden? Nein, auf der Weg geht's. Hier! Hier! Ah shit, ich fähle gerade meine eigenen Truppen. Jo, das war so nicht geplant. Das Ding streut wie eine Sau, das ist Wahnsinn. Das Ding streut, übelst. Ihr wartet mal hier, bleibt mal in Reserve. Okay. Ich brauche mal doch, wir müssten hier den decken jetzt. In dem Rückraum tauchen die aus. Ja, das ist natürlich unschön. Gut, dann wird eure Aufgabe sein, hier den hier zuzumachen. Was hast du jetzt gesehen? So, wir haben da oben noch ein Geschütz. Wie ist das? Das war's für heute. So, wir gehen mit dir. Könnte man tun, muss man aber nicht. Das kann man tun. Hm, da oben steht eine ganze Armee. Okay, Wahnsinn. Du kommst mal hier hin, dass hier nichts passiert. Ich lässt hier meine Flanken decken, dass da nichts passiert. Die Flanken decken. Das war die Flanken. Das war die Flanken. Das war die Flanken. Anst, die Flanken. Wer bleibt hier? ja 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 Gott ey, warum können die jetzt nicht mal nach vorne brechen, sonst machen sie es auch immer. Ihr hattet hier die Stellung auf jeden Fall. Ja, sie kommen dahin, perfekt. Schleifte die Schleifte. Es gibt 500 Punkte. Ah, das würde ich nicht geschenkt kriegen, die Anhöhe da, ne? Mit Sicherheit nicht. Das ist die größte Station in der Region. Das ist die größte Station in der Region. Das ist die größte Station in der Region. Das würde ich nicht geschenkt kriegen, die Anhöhe da, ne? Mit Sicherheit nicht. Neue Aufgabe. Ich habe keine Reise. Okay. Mitkommen. Also das geht mir sonst auf die Nerven hier mit dieser Flug. Ich weiß nicht, ob das meine ist oder die vom Gegner. Aber das werden wir jetzt in Zukunft unterbinden. Wenn es meine ist, ist es okay. Wenn es die vom Gegner ist, hat er jetzt gleich ein Problem. Was ist denn da noch rot? Ah. Hört mir doch ein Rückraum da fallen, oder? T-34, der wohl hier im Hintergrund abdeckt. Ja komm, das schafft ihr Jungs, das schafft ihr. Ja. So. Wollen wir kurz was gucken, wie lange sind wir schon dabei? Wollen wir noch ein bisschen auf jeden Fall. Wollen wir noch ein bisschen auf jeden Fall. Wollen wir noch ein bisschen auf jeden Fall machen? Ich schließe. Und wir schützen die Tür. Ich schließe. Beschleunigen wir es. Das ist nicht wahr Ich bin jetzt gerade verwirrt Ich habe doch einen T-34 irgendwo geholt Ja, der kann hier bleiben Ist in Ordnung Gut, das ist jetzt erledigt Schützen tut vorne Guck her, das ist meiner Gut, ist in Ordnung Okay So Panda, ne? Hmm Aber es kommt von hier was. Ich würde sagen, ja, da könnte was kommen, Lüger. Deswegen bleibt ihr mal hier in Position. Da ist was. Es ist ein Schweres. Aber wir haben gedacht, dass es so ist. Batterie. die kommt immer von hier die 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 um schützt da kommt ein tiger ja wir müssen da unten was tun das geht nicht das kann ich da nicht so lassen das kann ich da absolut nicht so lassen da muss auf jeden fall was gemacht werden habe ich den jetzt abgebrochen er zieht so aus okay wusste ich nicht wenn ich darauf klicke dass ich den abbrechen kann okay so gut aber hanser hat nicht gesehen ja da unten ist richtig was los so da sollte jetzt nichts mehr passieren leute dann würde ich aber jetzt sagen was zum geier ach komm was war denn das jetzt hey warum steht denn da was mich verarschen gut wir müssen ja echt die flanken decken das geht nicht der fällt mir hier sonst rein schon kv 85 der hält nämlich ein bisschen mehr aus wo noch ein scharf schützen wird dass der dann hier was hier los ist ja gut leute aber ich mache jetzt hier einen cut das war's von dem part wir sitzen im nächsten part wieder haben jetzt gerade den panzer verloren wo ich jetzt gerade den part spenden wollte sehr geil okay das war's von dem part wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann und ciao ciao